Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar für die Woche vom 19.12.2022. Das ist die vierte Adventswoche und in dieser Woche wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag auch die erste Raunacht sein. Wenn dich die Raunächte und die Magie der Raunächte interessieren, ich habe dazu mit dem Basiswissen ein kleines Video gemacht, das findest du auf meiner YouTube-Videoseite. Ich habe für diese Woche eine Dreierlebung gemacht, was ist diese Woche wichtig an Themen generell, was ist für dich persönlich wichtig, um diese Themen umzusetzen, aufzulösen, zu bearbeiten etc. Je nachdem, wie du damit in Resonanz gehst und wo wird es dich hinführen. Dann habe ich noch eine zusätzliche Impulskarte gezogen aus dem Deck, da habe ich es. Engelweisen mir den Weg, das ich in der Abtei Maria Laach gekauft habe und zur Legung habe ich die Kartensets verwendet. Die Seelenmedizin von Lisa Bieritz, die Engel- und Ahnen-Orakelkarten von Kyle Bray und die Weisheitskarten von Colette Baron Reit. Dann schauen wir mal, was diese Woche auf uns zukommt. Was ist wichtig? Die Frage, warum? Ja, das passt natürlich dann auch gut zur ersten Raunacht, dass man beginnt mit Fragen zu arbeiten, zur Bewusstseinserweiterung und zur Erkenntnisgewinnung. Und auch diese Woche ist es die Frage, warum? Wo stellst du dir diese Frage? Was hast du noch aufzulösen? Was möchtest du noch herausfinden? Und wo wäre es für dich hilfreich, Antworten zu finden? Damit kannst du dich diese Woche beschäftigen und du wirst auch Antworten erhalten, denn du siehst, hinter dir ist das Licht, das dann für dich scheinen wird. Das heißt, es wird Klarheit kommen, es werden Erkenntnisse kommen. Die Geborgenheit spielt diese Woche eine Rolle. Wir sehen hier die Delfinmutter mit ihrem Kind, ein scheicher Ausdruck von Geborgenheit, das Mutter-Kind-Bild und auch eine Verspieltheit, eine ganz zarte Farbgebung. Wo ist Geborgenheit für dich wichtig? Wo findest du sie? Wo hast du einen Ort, in dem du dich in Geborgenheit zurückziehen kannst? Aber auch, wem gibst du Geborgenheit? Wem kannst du ein Ort der Geborgenheit sein? Und letztendlich, das solltest du nicht vergessen, kannst du dir Geborgenheit selbst geben. Sie gebiert sich aus dir heraus. Dann haben wir noch den Schamanen. Vertrau auf höhere Kräfte. Schau mal, was ein wunderschönes Bild der Schamane. Ein Symbol für Weisheit, für Hellsichtigkeit, dafür die Grenzen zu den Dimensionen sehend überschreiten zu können. Also ganz wunderbar. Und auch du darfst darauf vertrauen. Du darfst darauf vertrauen, dass du selbst höhere Kräfte in dir trägst, aber auch, dass es Kräfte um dich herum gibt, die dir helfen, die unterstützend für dich da sind. Diese höheren Kräfte. Also das sind die Themen diese Woche. Und dann schauen wir mal, was es mit dir zu tun hat, was deine Themen sind. Das Atmen. Das klingt so banal und das Atmen ist ein unbewusster physiologischer Vorgang, mit dem wir uns im Alltag wenig beschäftigen. Ohne Atmung kein Leben, dessen solltest du dir bewusst sein. Und mit einer bewussten, gezielten Atmung, zum Beispiel dem holistischen oder dem verbundenen Atem, kannst du sehr viel zur Bewusstseinsarbeit und zur Selbsterkenntnis beitragen. Ich werde unter dem Video nochmal den Link von der wunderbaren Michelle reinstellen. Das ist die Fachfrau schlechthin für das Atmen. Wenn dich das interessiert, geh mal auf ihre Webseite und schau dir das mal an. Die Atmung ist etwas ganz Wichtiges und Essentielles für uns alle. Und noch was, bevor ich die nächste Karte aufdecke. Die Atmung steht ja auch für das Geben und Nehmen, für das Loslassen und für das Neue Einladen. Du atmest aus, du atmest Kohlendioxid aus und du atmest Sauerstoff ein. Also es geht auch um dieses Gleichgewicht von wechselnden Phasen. Dann haben wir die Lust, ja die Lust hier auch auf der Körperebene. Wir sehen hier ein paar, das sich zugewandt ist und vielleicht die Erinnerung daran, dass auch die körperliche Vereinigung etwas Spirituelles ist. Hier werden Energien ausgetauscht und es ist ein Trugschluss zu glauben, es handelt sich um ein rein physiologisches Erleben. Das zeigen auch diese Flügel hier. Es geht hier sicher um die Lust mit dem Partner, mit der Partnerin. Und da kannst du für dich mal schauen, inwiefern das für dich diese Woche ein Thema ist. Natürlich gibt es auch die Lust am Leben und die Lust, schöne Dinge zu tun. Auch damit kannst du dich diese Woche beschäftigen. Und dann geht es um die Weiße Hexe. Sei das Licht. Ja, du bist das Licht. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, denn mein Einführungsvideo zu den Rauennächten hat relativ am Schluss für dich nochmal den Hinweis. Du bist das Licht. Die Weiße Hexe ist eine Frau, die sich mit magischen Sachen und Mystik auskennt und diese zum Positiven, zur Unterstützung, zum Fördern und hilfreich ausübt. Und diese positive Form der Magie, wenn wir das mal wertend hier benennen wollen, drückt die Weiße Hexe aus. Und es ist ein Thema für dich diese Woche. Du selbst hast magische Fähigkeiten. Vielleicht hast du schon einige davon entdeckt. Vielleicht gilt es mit dieser Karte einige zu entdecken diese Woche. Aber du kannst diese Fähigkeiten auch durch andere Personen, die sie haben, in Anspruch nehmen. Ja, das ist für dich diese Woche wichtig. Das Atmen, das Zurruhe kommen, das Innehalten und die Lust auszuleben und dieses Magische in dein Leben einzuladen oder zu verstärken oder in Anspruch zu nehmen. Wo wird es dich hinführen? Ja, das passt natürlich ganz wunderbar hier zur Atmung. Zum Geben und Nehmen. Du wirst in ein Gleichgewicht kommen. Das Geben und Nehmen ist immer eine gute Sache, wenn es im Gleichgewicht ist. Es gibt dieses Sprichwort Geben ist seliger, denn Nehmen. Und in manchen Lebensphasen stimmt das natürlich. Wenn jemand im Umfeld krank ist, wenn jemand Unterstützung braucht, dann bist du der oder die Gebende. Im Großen und Ganzen sollte jedoch ein Gleichgewicht bestehen. Und auch du darfst mal um Hilfe bitten. Du darfst etwas annehmen. Du darfst Unterstützung annehmen. Du darfst von höheren Kräften annehmen, das dir geholfen wird. Du darfst Geborgenheit auch geben und annehmen. Es passt also zu allem. Und das ist diese Woche etwas, wo du in dein Gleichgewicht kommen kannst, wenn du diese Themen berücksichtigst. Und dann kannst du auch authentisch unterwegs sein. Das bist du. Du bist das Licht. Du bist die Person, die auch annehmen darf, wenn sie Hilfe braucht. Du bist die Person, die Geborgenheit geben kann, aber auch sich Geborgenheit mal suchen kann beim Partner, in der Familie. Du bist die Person, die das Recht hat, sich um die Fragen zu kümmern, die gerade auf der Seele brennen und auf höhere Kräfte zu vertrauen, beziehungsweise die eigenen Kräfte in sich zu leben. Wenn du das alles tust, bist du authentisch unterwegs. Und dann haben wir noch den Lufthüter. Verlagere deine Wahrnehmung. Ja, verlagere deine Wahrnehmung. Wenn ich mir die Legung so anschaue, dann habe ich den Eindruck, bei der Verlagerung der Wahrnehmung diese Woche geht es viel vom Außen nach Innen. Das Innen durch die höheren Kräfte symbolisiert. Das Innen durch diese weiße Magie symbolisiert. Das Innen durch das Atmen gezeigt. Das Innen durch ein durchaus physisches Erleben, was du aber vielleicht mal auf der energetischen inneren Basis erleben kannst. Dieses innere Wachstum, dieses innere Fühlen, diese Geborgenheit. Also du wirst deine Wahrnehmung verlagern und du kannst deine Dinge wahrnehmen, die du vielleicht weniger wahrgenommen hast die letzte Zeit. Wir waren ja alle ganz viel im Außen. Und da es der Lufthüter ist, geht es auch um diese Dinge, die ätherisch sind, die in der Luft sind. Diese feinen Schleier, die wir nicht sehen und die Bereiche dahinter. Dann schauen wir mal, welcher Engel dich dabei unterstützen wird. Der Engel der Ausdauer. Er gibt dir Kraft und den Glauben an den Sinn deines Tuns. Du schaffst es. Dieser Engel unterstützt dich also, wenn du glaubst, dass du vielleicht keine Antwort findest auf die Frage warum. Oder dir die Frage stellst, welche Kräfte du in dir trägst. Sei geduldig, habe die Ausdauer, finde diese Kräfte auch in dir bzw. nimm dir auch den Glauben an den Sinn deines Tuns und nimm dir auch dazu gegebenenfalls Unterstützung durch Menschen, die weißmagisch unterwegs sind oder schamanische Kräfte haben. Und du wirst es schaffen. Du wirst das schaffen, was du persönlich glaubst, was sinnvoll ist, jetzt zu schaffen. Ja, dies ist die Legung für die vierte Adventswoche. Ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Ich freue mich sehr über ein Like oder über einen Kommentar von dir. Und ich wünsche dir eine gesegnete, friedvolle und freudvolle Woche. Ich wünsche dir eine Gesegnete, die mer auf.